Startposition. Halte den Schlägerkopf nach oben und bewege dich vor dem Schlag. Split-Step. Spring hoch, kurz bevor der Gegner schlägt. Lande auf dem Fußbein im Moment des gegnerischen Schlages und bewege dich zum Ball. Letzter großer Schritt seitlich nach außen. Gewicht ist auf dem linken Fuß. Treffpunkt. Weithändige Rückhand aus offener Fußstellung. Linker Fuß seitlich hinter dem rechten, Körper frontal zum Netz und Knie sind nahezu gestreckt. Bewege dich nach dem Schlag zurück zur Mitte. Knie tief beugen beim Ausholen und möglichst breiter Stand. Beim Schlag die Knie strecken. Untertitelung des ZDF, 2020 Trainingsaufgabe Spiele 10 Rückhände hintereinander. Zähle deine Treffer ins Feld. Nach jedem Schlag wieder zurück in die Ausgangsposition und halte dabei den Blick immer nach vorne gerichtet. Mehr als fünf Treffer hintereinander landen im Feld? Dann stecke dir Zielfelder ab, in die du die Schläge platzierst.